Micross ist führender Anbieter von IT-Lösungen im Bereich Handel. Neben mir steht Herr Freund, Geschäftsführer des Unternehmens, sowie Herr Grümmer, Edeka Kaufmann. Herr Freund, hier auf der EuroCist sehen wir eine Menge innovativer Lösungen im Bereich Retail. Wo sehen Sie hier die Schwerpunkte, die Top-Themen und wie unterstützt Micross das? Ein ganz wesentliches Thema, Frau Marx, ist das Thema Cross-Channel, die Integration verschiedener Kanäle, wo Micross mit der Lösung Retail Process Modeler eine Lösung anbietet, die es unseren Kunden ermöglicht, all diese Funktionen, all diese Daten, all diese Lösungen, die im Hause in der Regel beim Handel existieren, zu integrieren. Mobile Technologien eröffnen Einzelhändlern eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wie unterstützt das Micross? Micross bietet einerseits die Möglichkeit, die bestehenden POS-Lösungen in mobiler Form vorzuhalten. Das heißt, Sie können Ihre Lösungen als Kunde von Micross auch auf ein Tablet-PC portieren und damit Ihre Kunden begleiten. Sie können aber auch, wenn beispielsweise Schlangen entstehen, kurzfristig Abhilfe schaffen, indem Sie eine weitere Kasse eröffnen, eine mobile Kasse eröffnen. Oder Sie können beispielsweise auf der Straße einen neuen Stand eröffnen, den Sie dann unmittelbar mit der Micross Retail Post-Lösung ausstatten können. Gestern hat das EAI den Retail Technology Award Europe verliehen für die Innovation im Einzelhandel. Ihr Kunde Edeka Grümmi hat den Award im Bereich Customer Experience gewonnen. Können Sie uns etwas über das Projekt erzählen? Ich bin natürlich hoch erfreut, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Aber die Ehre gebührt hier sicherlich nicht nur Micross, sondern vor allem unserem Kunden Edeka Grümmi. Insofern, bevor ich Ihnen viel erzähle, möge das der Kunde selber tun. Ich würde Herrn Grümmer bitten, das zu verarbeiten. Ja, das ist natürlich ein ganz toller Moment gewesen gestern Abend bei deinem Gewinn dieses Awards. Aber wir haben diese ganze Lösung natürlich nicht für ein Award entwickelt, sondern wir haben diese Lösung wirklich für die Menschen entwickelt. A, unsere Kunden. B, unsere Mitarbeiter. Aus dem einfachen Grunde, um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern und den Kunden natürlich eine ganz neumodische, neue Art von Bank- oder Geldgeschäften überhaupt und Geldhandling in einem Supermarkt zu ermöglichen. Also das heißt, Sie können, egal ob Sie Ware einkaufen wollen oder nicht, Sie können Geld abheben, was Ihr Konto hergibt. Wir haben für die Mitarbeiter die große Sicherheit, dass wir nichts mehr mit Geld zu tun haben, sondern das geht bei unserem Partner Postbank direkt aufs Konto. Eine ganz, ganz charmante, tolle Lösung für die Menschen.